So, dann versuchen wir doch nochmal das Hidden Tape zu kriegen. Mist, das ist ein bisschen zu kurz. Ist mir die das Spiel auch abgestürzt? Offensichtlich nicht. Also ne, bei mir läuft es seit dem ersten Start butterweich eigentlich. Also abgesehen davon, dass ich nichts kann, läuft es sehr gut. Ah, shit. Das war knapp. Ob ich von... Komme ich da so hoch? Ach, in der Tat. Das macht vieles einfacher. Ne, haben wir einfach noch zu wenig Speedfilm. Das muss doch irgendwie gehen, oder? Ich meine, prinzipiell müssen wir doch da rüberkommen. Weil mehr Stat-Punkte können wir halt nicht haben im Moment. noch nicht mal so gut wie eben. Also. Sehr mysteriös. Oder kommen wir da noch irgendwie anders hin? nicht wirklich, oder? Ah, wait. Können wir das... Ne, okay. Da können wir nicht grinden. Ähm, wenn wir mal... Ähm, wenn wir mal... Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Speed, um da rüber zu kommen. Das ist schon mal viel wert. Jetzt müssen wir nur noch einen Heelflip machen. Okay. Got it. Okay. Da muss ich mir die Tastatur gleich nochmal ein bisschen anders hinlegen. Das ist gerade noch nicht so der Hit. Okay, dann sollten wir auf jeden Fall erstmal das Special Meter füllen. Einfach, weil wir dann auch schneller sind. Gosh dang it. Das muss doch machbar sein. Okay, aber wenn das schon nicht geht, dann suchen wir vielleicht erstmal noch das fünfte Textbook. Das Rail. Vom anderen Dach direkt was. Vielleicht einfach das Rail benutzen, das vom Dach kommt. Wait. Da... Also von dem Dach... Ach, da oben. Oh, das habe ich voll nicht gesehen. Danke für den Hinweis. Das macht vieles einfacher. Ja, okay. GG. Okay, dann suche ich mir mal eine Halfpipe und gucke mal, ob wir die Combo irgendwie hinkriegen. Äh, Highscore meine ich. Ah, Quarterpipe tut es auch irgendwie. Warum hat er da keinen Boundless gemacht? Ach, fuck it. Es gibt irgendwie deutlich weniger Punkte, habe ich das Gefühl. Also zumindest noch im Vergleich zu Tonyox Pro Skater 2. Da wäre das halt locker irgendwie eine 40.000-Punkte-Kommung gewesen, gerade statt 20. Ah, wobei, das ist natürlich auch der Unterschied. Bei Tony 2 gab es keinen Reverten. Da mussten die ganzen Grab-Tricks einfach mehr Punkte geben. Macht Sinn. So, das haben wir nochmal 60.000. 125 brauchen wir, ne? Das sollte eigentlich relativ easy machbar sein. So, got it. So, dann müssen wir aber immer noch rausfinden, wo das verkappte fünfte Textbook ist. Abgesehen davon, dass wir dann auch fünf Tische suchen müssen. Also hier ist wirklich nichts weiter. Die sind auch meistens ja immer irgendwie so in einem groben Einzugsgebiet. Und wenn vier da hinten waren, würde ich ja fast vermuten, das fünfte ist auch da hinten irgendwo. Au. Unter der Brücke. Wait. Komme ich da jetzt noch hin? Ne, unter der Brücke. Also unter beiden Brücken ist, glaube ich, nichts, wenn ich das richtig sehe. Ne. Oder meintest du eine andere Brücke? Oh Gott, wir müssen die Five Belts auch noch finden. Oh Gott. Okay, ich habe halt keine Ahnung, wo die School Belts sind. Also eine habe ich vorhin irgendwo gesehen, aber sonst... Die sind doch auch echt relativ unauffällig gewesen, oder? Wo können wir denn hier eigentlich hin? Was müssen wir da machen? Warte mal. Nichts. Okay, weil da halt so eine Markierung ist. Und die Markierung war im Level davor. Also man sieht es ja, da oben ist halt so ein Marker. Oder ist das sowas zum Einsammeln? Weiß ich halt nicht. Ist auf jeden Fall ein Tisch. Hier ist der zweite Tisch. Hier hinten war bislang relativ wenig, oder? Also um genau zu sein, gar nichts. Aber hier ist auch nichts weiter. Hier ist noch ein Tisch. Okay, dann haben wir drei in dem Gebiet. Und zwei waren, glaube ich, weiter vorne. Also mindestens einer war weiter vorne. Ist hier nicht irgendwo einer? Ne. Da vorne ist einer, genau. Den hatte ich noch im Kopf. Hier keiner? Okay. 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 Cool, dann haben wir hier das gleiche Problem wie mit den Textbooks. Ah, ne, hier. Dann haben wir die Tables komplett. Nice. Gott, ich überlege gerade noch, wie man in Highschool 2 das Schwimmbad aufkriegt. Ich habe hier keine Ahnung mehr. Also nicht, dass das gerade wichtig wäre, aber... Okay, das war schon deutlich vorbei. Fairer Deal. Ich finde es ganz cool, dass sie beim Bailen halt nicht irgendwie den... Kommt da noch was? Ne, da ist nur das eine Textbook. Das wollen wir aber gleich. Äh, dass sie beim Bailen halt nicht irgendwie den ganzen Screen resetten, sondern halt nur der Skater einmal flackert. Das war bei HD noch super nervig, dass da halt der komplette Screen halt irgendwie so Fate to White hatte und dann halt so super hell war. Halt einfach der ganze Screen einmal kurz so weiß war. Das war so. Also wenn sie es wenigstens schwarz gemacht hätten, aber... Das war echt ein bisschen unnötig. Okay. Wo ist das Fünfte? Da ist es? Ne, das hatten wir vorher schon. Das hatten wir bei den Vieren, die ich kenne, schon mit dabei. Das war jetzt das Dritte. Hier unten ist das Vierte. Und dann war sie nicht mehr. Irgendwo muss noch eins rumeiern. Kommen wir auch nirgendwo hoch. Ich würde halt echt vermuten, dass das hier noch irgendwo in der Gegend ist, weil hier die anderen halt auch alle waren, aber... Es sieht halt wahrlich nicht danach aus. Ich habe auch gar keine Ahnung, wo das sein sollte. Kommt man auf ein Dach eigentlich rein? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich bin da schon einmal drüber gefahren, aber man kann da, glaube ich, nicht rein crashen. Aber wobei, da ist offen. Von der anderen Seite. Dann... Ah, okay. Okay, das kriegen wir jetzt... Ne, da habe ich zu wenig Speed. Aber da ist das Textbuch. Okay. Dann wissen wir, wie wir das machen. Ich hatte auch schon erst überlegt, ob wir reinkommen. Habe das offene Dach aber übersehen. Und nachdem ich dann über das normale Glas gefahren bin und nicht eingebrochen bin, habe ich halt gedacht, ne, wird schon... Wird halt nicht gehen. Ach, komm schon. Das hätten wir ruhig mitnehmen können. So, dann gehen wir erstmal da rüber. Kommen wir dann wieder zurück? Also, war nicht schön, aber es geht. Alter. Bitch, please. Oder wir kommen nicht zurück. Aber okay, dann gehen wir halt andersrum. Passt schon. Dann nehmen wir halt erstmal das mit. Dann nehmen wir halt hier rein. Kommen wir von hier überhaupt rein? Direkt auch? Wäre das eine Möglichkeit? Ah, jo, das geht. So, dann können wir hier hoffentlich wieder raus. Yes. Kann man da auch einfach reinfahren? Wow. Okay. Das muss man einfach wissen. Das macht vieles einfacher. Aber okay, dann haben wir die Textbooks auch komplett. Dann fehlen nur noch die Bells. Äh, die sind tendenziell hier in der Ecke irgendwo. Hier ist schon mal eine. Die sieht man aber echt kaum. Da ist die zweite. Also, die kriegen wir jetzt auf gar keinen Fall alle zusammen, aber... Wollte wenigstens mal rumgucken. Ist hier irgendwo eine dran? Ne, wahrscheinlich nicht an der Kletterwand. Die könnten auch tendenziell da hinten noch irgendwo sein. Ich glaube, ich... Oder? Ne, doch nicht. Ich dachte, ich sehe da eine, aber nein. Kommen wir hier rein? Nein. Ist hier irgendwo noch eine? Okay, eher nicht so. In das Level hin, hast du dich irgendwie sicher, dass es nicht in HD war? 100 Prozent. Ich habe HD vor, keine Ahnung, drei Tagen nochmal angespielt, um was für einen Pausen-Screen aufzunehmen. Das Level ist 100 pro nicht mit dabei. Ich spiele das Level auch 100 pro gerade das erste Mal. Und ich habe HD mehrfach durchgespielt. Also, von daher... Definitiv ist das nicht in HD mit drin. Zumindest nicht in der Steam-Version. Oder die Ziele sind da ganz anders. Aber ich erinnere mich halt null an das Level, auch vom Aussehen her so gar nicht. Also, so überhaupt nicht. Wir haben schon irgendwo eine School-Belle verpasst, ne? Man sieht die aber auch kaum. Also, es ist so ein kleines Lämpchen dran. Das ist ganz okay. Vielleicht sollten wir eher so nach den Lämpchen gucken. Die Belts sind tatsächlich aus High School 2 wahrscheinlich. Also, das ist in Tony Hawk's Pro Skater 2 einfach drin. Und High School 2 ist tatsächlich auch in HD mit bei. Und auch da musst du 5 School-Bells kriegen. Aber das ist halt ein anderes School-Level. Das ist halt High School und in Pro Skater 2 ist halt High School 2. Das sieht aber ganz anders aus. Also, es ist vom Levelaufbau her auch komplett anders. Da sehen die School-Bells auch ein bisschen anders aus, tatsächlich. Aber... Aber wo School-Bells? Ich würde fast mal vermuten, da müssen wir vom Start noch irgendwie zurück... Ah, ne, hier ist noch eine. Die ist auch fies versteckt, auf jeden Fall. Müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Reicht, wer nicht weiß, dass sie da ist. Ist hier irgendwo noch eine? Ne, okay. Dann haben wir zumindest schon mal drei. Und ich würde fast vermuten... ...dass wir hier irgendwie nochmal lang gucken können. Ich glaube, ich würde ganz gerne einmal nochmal da hoch, wenn ich das schaffe. Okay. Ich habe halt keine Ahnung, wie man da irgendwo... Also, warum da dieser Marker ist und was das Ding macht. Keinen Plan. Okay, keine School-Bell hier. Irgendwo müssen doch noch zwei von den Dingern sein. Das wurmt mich halt ein bisschen. Aber da kannst du auch nichts machen. Also, da ist halt auch keine Pipe oder irgendwas, wo man wirklich landen könnte. Ich vermute, die School-Bell sind schon mal irgendwie alle eher ebenerdig. Okay, hier unten ist aber auch keine drin. Also, ich denke halt nicht, dass die Große irgendwo in der Höhe sind. Schon allein, weil wir halt War Rides dran machen müssen. Nichtsdestotrotz gucken wir vielleicht doch nochmal oben auf dem Dach. Also, man sieht es mit den Lichtern ja dann doch einigermaßen deutlich. Nochmal drinnen gucken ist in der Tat eine gute Idee. Aber das sieht... ...sieht nicht danach aus. Kann ich eigentlich auf der Tribüne fahren? Oh ja, sehr schön. Naja, aber hier scheint wirklich nichts zu sein, was die Belts angeht. Ok, jetzt ist das ganz heftig. Ja, sowas geht mich cosmisch commencer. Können wir vielleicht, wenn wir da früher abspringen? Also nicht, dass da jetzt was Sinnvolles ist für die Belts, aber irgendwie lässt mir das Teil hier keine Ruhe. Vielleicht kann ich da Wallriden. Jetzt habe ich nur keine Ahnung, was ich da eingesammelt habe, ehrlich gesagt. Also keinen blassen Schimmer, was das war. Wurde halt auch nichts angezeigt auf dem Display oder auf dem Screen irgendwie. Okay, jetzt ist die Zeit auch um. Äh, ich mach mal kurz Endrun, mal gucken, ob wir... Ne, wird jetzt auch nichts angezeigt, was wir gerade eingesammelt haben? Okay. Skatepark, nein, nicht jetzt. View Goal Cameras, bitte. Okay. Das wäre zumindest schon mal ein Hinweis. Dann scheinen die echt hier oben irgendwo zu sein, oder? Ah, ne, da ist sie. Okay, ich sehe sie. Aber dann haben wir auch erst vier. Dann ist die Frage, wo ist die fünfte? Ich denke, immer da hinten ist eine. Ey, hier fährst du auch schnell dran vorbei. Ziel im ersten war nicht ganz fair. Ach, die sind halt schon total fair. Man muss halt nur erst einmal lernen, wo sie sind. Und das war im zweiten Teil halt genauso. Das ist bei Tony Hawk eigentlich Standard. Ich finde das total okay. Wenn er erst mal weiß, wo alles ist, dann ist das halt auch alles überhaupt kein Problem mehr. Also, eigentlich... Ne, Grinden ist heute nicht drin. So, aber dann sind wir trotzdem erst bei vier. Weil die vierte war hier hinten. Okay, jetzt kann ich aber auch nicht... Wenn ich jetzt nochmal... Ja, okay. Ne, das zeigt mir nur das gleiche Dinget an. Okay. Also, haben wir auch tatsächlich Glück gehabt, dass das... Ne, okay. Ich hatte kurz gedacht, vielleicht hier oben irgendwo. Dass wir hier einfach umdrehen müssen und dann runter Wall rideen können. Uh, ich habe nochmal eine Idee. Okay. Okay, hier drinnen schon mal nicht. So, wir konnten doch aber hier auch irgendwo runter, ne? Wie sieht es denn hier an dem Teil aus? Ne, hier sind zwar Lampen, aber nichts zum Grinden. Also, beziehungsweise nichts zum Wallriden. Drinnen waren wir. Nein. Ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen wir nur sämtliche Hauswände einmal absuchen. So, das war die vierte. Die hatten wir dann gefunden. So, die wird halt nicht... Wobei, sie könnte irgendwo direkt daneben sein. Und dann auf der anderen Seite sind halt auch zwei relativ dicht zusammen. Mist, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich will doch eigentlich nur da hoch. Danke. Doch hier eigentlich nur mal in Ruhe die Wand lang gucken. Ne, da ist nirgendwo was. Warte mal, da oben? Ne. Kommen wir auf das Dach da rauf eigentlich? Sieht so ein bisschen so aus, als wäre da oben noch ein Kicker drauf. Kann mich aber auch täuschen. Hier wäre halt auch ein super Ort gewesen, aber nein. Keine Ahnung. Nein. Nein. Nein, da ist halt auch nichts. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Kannst du hier bitte rausspringen? Meinetwegen auch so. Wird gern irgendwie die Wand hier nochmal lang gucken, aber hier ist auch nichts. Können da gleich die Schräge nochmal runter gucken. Da waren wir glaube ich noch nicht. Aber wir könnten auch tatsächlich nochmal oben auf dem Dach gucken. Ah, da waren wir gerade, oder? Hatte ich ja schon geguckt? Weiß ich nicht. Also kommen wir da auf jeden Fall auch nicht hoch. Warum kommen wir da jetzt eigentlich nicht mal hoch? Da sind wir vorher total easy peasy hochgekommen. Nö, keine Chance. Okay, dann nehmen wir doch erstmal die Schräge hier mit. Aber auch hier ist nichts weiter. Eigentlich gibt es zwar alles in Linie. Ja, in der Tat. Und die wäre halt hier. In dem Fall. Wir fangen hier hinten an. Der frisst immer beim Levelstart den ersten Button Input. Das ist super nervig. Also du drückst schon die ganze Zeit Leertaste und der geht einfach nicht in die Oli-Position. So, aber dann wäre das erste hier. Ah, die sind auch super weit auseinander. Dann gehst du hier runter. Das ist auch wirklich keine Leine in dem Sinne. Oh, mein Lieblingssong. Also zumindest vom Spiel. Dann bist du halt hier. Ah, wait. Ich bin einfach total verpeilt, oder? Hold on a second. Nee, doch nicht. Okay. Irgendwie dachte ich gerade hier an der rechten Wand wären zwei, aber das ist gar nicht der Fall. Ja, dann fährst du halt hier lang. Dann fährst du hier ewig außen rum. Aber hier ist halt nirgendwo was. Und es würde sich halt total anbieten, wenn hier an der Außenwand irgendwo was wäre. Aber hier ist nichts. Das ist auch keine School Bell. Das ist halt irgendwas. Und dann landest du halt hier. Oh, warte mal. Vielleicht habe ich gerade was gesehen. Kann aber auch nur so random Beleuchtung gewesen sein. Naja, aber dann hast du halt das Ding und dann bist du wieder am Anfang. Also, und dazwischen ist ja irgendwie offensichtlich keine, oder? Ich sehe sie. Die Frage ist nur, wie wir da hochkommen. Und die Frage ist, das schaffen wir nicht in 16 Sekunden. Holy shit. Okay, das ist aber... Okay, wir haben irgendeine Challenge mit Vögel kompletiert. Okay, das geht so nicht. Aber das geht von hier. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir... Ja, nee, eigentlich drehen. Ja, wie kommen wir denn da mal vernünftig hoch? Okay. Da muss es doch auch einen leichteren Weg hoch geben, oder? Aber okay, wir sind zumindest oben. Ja, das hat super funktioniert. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Okay, so, jetzt haben wir 45 Sekunden für den Rest. Das sollte eigentlich passen. Jetzt wissen wir ja zumindest, wo alles ist. Okay. Da hättest du dich dumm gesucht, haben wir gerade auch. Also du hast schon relativ viel Gesuche verpasst. Aber dann sind wir in dem Level fertig. Nice. Okay. Und dann haben wir das noch mal ein людей. Zum Punkt für den Begriff. like, Kommunikation, wo die Grenzen in dem Weise hast! oma.